willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer wo bin ich denn hier gelandet ich meine schön ist es hier ja aber nicht so schön wie in winden hallo bist du denn wir versuchen hier gerade den mindcast aufzunehmen ja ja mindcast schön und gut aber wir werden auch einen podcast zusammen aufnehmen scheinbar erst in deiner zukunft gehe einfach auf sigmundus-podcast.de und folge den spuren spuren was für spuren du ich muss jetzt aber auch los aber vergiss nicht wenn vögel fallen und kinder verschwinden dann ist klar wir sind in winden willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer für alles rund um spiele filme und serien sowie alles was dein nerd herz höher schlagen lässt und hier sind deine gastgeber marcus und christian tach nerds tach christian und oh wunder oh wunder man mag es vielleicht schon ahnen am titel der folge wir sind nicht alleine hallo q hallo ja tach nerds auch von mir aus hier und ja willkommen bei uns im podcast lieber q hallo und danke dass ich da sein darf ja mal gucken ob wir das gleich bereuen werden innerhalb der nächsten fünf minuten wieso wir die ersten ja die ersten fünf minuten sind bei uns erfahrungsgemäß ja so das chaos bit des podcast da muss erstmal alles raus aus der arbeitswoche und der ganze chaotische kladderer datsch sammelt sich in den ersten minuten der folge jeweils podcast hörer hassen diesen trick und ja heute befinden wir uns ja im rahmen dieser folge im themen monat spieleentwicklung über steady abgestimmt von euch findet ihr übrigens unter steady.de slash mindcast tolle idee solltet ihr mal reinschauen und da wir beiden nudeln damit sind christian und ich gemeint ich bin die spaghetti welche nudel bist du christian wenn du eine sein könntest ich sehe mich so als penne einfach vom namen her wenn ich die spaghetti bin hätte ich jetzt gesagt macaroni aber das wäre gemein ne 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 wenn also wenn du quasi auf das volumen gehen möchtest dann wenig eher eine tortellini naja mit viel fleisch gefüllt genau ja okay also da wir nicht so viel sagen können zum thema spiele programmierung auch wenn sich die anderen folgen drumherum so ein bisschen natürlich auch in dieses thema einreihen werden haben wir heute jemand dabei der sich richtig krass auskennt ich will jetzt ich will die messlatte nicht zu hoch setzen aber ist schon krass der typ woher ich das weiß da kommen wir gleich noch zu aber lieber q stell dich doch erst mal selber ein bisschen vor denn du weißt am besten wer du bist und warum du dich auf das hier eingelassen hast die frage ist wirklich ob ich mich am besten kenne das weiß ich gar nicht also wie du schon gesagt hast bin der q ich bin solo in die game dev wenn man das so irgendwie das so bezeichnen darf aber tatsächlich auch noch nicht ganz so lang deswegen die messlatte schon ziemlich hoch ich komme quasi aus der software entwicklung dementsprechend war der schritt in die game dev tatsächlich leichter wie für andere die das nur nur game dev machen ja oder wie keine ahnung andere anwesende das so zum ersten mal so richtig selber ausprobieren genau da können wir eigentlich auch schon mal so den bogen schlagen dich habe ich ja jetzt nicht akquirieren können aus dem ea headquarter sondern wir haben uns ja eigentlich mehr oder weniger zufällig über einen anderen discord server kennengelernt und zwar hatte ich ja vor einer weile mal die schnappsidee ein bisschen mal ein bisschen in spiele programmieren reinzuschnuppern wer den minecast verfolgt weiß ich liebe es mit mod editoren und so einem kram rumzuspielen aber so richtig von null mit nichts etwas spielbares zu entwickeln das habe ich halt ja keine ahnung in der in der schule mal im computer unterricht sowas hier mit 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 basic oder so weißt du irgendwie so so diesen diesen schulunterrichtskram den man da halt so macht aber so richtig programmieren noch nicht wir haben uns über den godow discord server kennengelernt eine programmiersprache so ein kostenloses tool im prinzip wo man ja im prinzip richtig coole spiele programmieren kann also das ist jetzt nicht so ein gammel ding wie man jetzt vielleicht denkt kostenlos rundladbar und so weiter und so fort und da warst du einer der netten herrschaften die mir bei meinen kompletten loop fragen unter die arme gegriffen haben und gesagt haben hier wenn du mal fragen hast und spoiler alarm ich hatte fragen oh er hat die büchse der pandora geöffnet richtig aus aus zehn minuten fragen wurden dann wie viele stunden am stück ich weiß es nicht mehr ich weiß es nicht mehr nicht mehr minuten ja genau jedenfalls kennen wir uns darüber und dann wurde relativ schnell klar ich kann nichts und du hast schon deine fühler überall so ein bisschen reingesteckt können wir ja gleich auch noch mal ein bisschen näher darauf eingehen was du jetzt alles so selber machst wer jetzt sich vielleicht die video variante dieses podcasts rein zieht gibt es eventuell auf youtube gibt es eventuell auf steady ich bin noch unentschlossen wir werden sehen der wird an deinem hintergrund vielleicht schon erkennen dass du ein vielfältiges talent mitbringst das könnte man zumindest vermuten wenn man deinen background hier so anschaut fehlt jetzt nur noch irgendwie in einem dojo im hintergrund und irgendwie so ein raketensilo oder so dann wäre das bild komplett die siehst du nur noch nicht okay okay gleich gibt es noch so die 360 virtual reality tour durch dein studio ich verstehe genau okay ja also wie gesagt die messlatte nicht so hoch ansetzen auf jeden fall ja christian hat jetzt glaube ich so ein bisschen thematisch das ding dass er so gar nichts damit zu tun hat nee leider so gar nicht versuchte ich bin dann quasi nur der endnutzer der die arbeit dann hoffnungsfroh würdigt genau aber da kann man ja auch aus aus der richtung einfach mal gedacht ein bisschen fragen ich bin so dieses komische mittelding ich möchte aber kann ich und q der kann halt auch es war ein bisschen sehr frustrierend bei meinem kleinen tutorial spiel was ich was ich gemacht habe während ich gesprochen habe und was ausprobiert habe zu programmieren hat er das quasi bei sich selber nebenbei fertig programmiert und besser und mir das dann geschickt hier guck mal hier ich habe das schon mal gemacht da sind noch drei andere funktionen mit drin ja seitdem habe ich tatsächlich auch nicht mehr daran weitergemacht ich weiß gar nicht woran es liegt er hat dich gebrochen ja es war schon ein bisschen deprimiert aber nicht hatte eigentlich auch auch keine zeit und im moment auch nicht so richtig lust drauf aber ja also grundsätzlich darüber haben wir uns wie gesagt kennengelernt mal butter bei die fische wie war es für dich meine kompletten anfänger fragen zu ertragen also wie ist es für dich als jemand aus der perspektive ich kann das schon und dieses und dieses und dieses das ist ziemlich basic und super selbstverständlich eigentlich in dieser umgebung godol in der wir uns befinden wie schwer war es meine fragen auszuhalten gut weil gut schwer ich wusste ja also gut leicht also ich wusste ja mit welchem einstiegswissen du reingekommen bist und ich gehe bei den meisten leuten denen ich irgendwas beibringe davon aus dass er halt von programmierung nicht ganz so viele ahnung haben das ist entsprechend muss man halt auch die basics programmierung erstmal beibringen was sind variablen etc ja das kennen ja viele noch nicht mal das hast du aber sehr gut gemacht muss ich sagen also ich tue mich damit wirklich sehr schwer und ich hatte danach nach unseren zwei drei gesprächen die wir geführt haben zu dem thema tatsächlich das gefühl dass das ein oder andere hängen geblieben ist jetzt ist natürlich mittlerweile wieder alles weg das frischt sich dann vielleicht irgendwann wieder auf aber so grundsätzlich hast du auf jeden fall eine positive art dinge zu erklären dass also man kann sich da gut reinfinden das ist sehr sehr gut ich sehe gerade schon an unserer farbkolierung hier in unserem dokument ich habe dem christian seinen 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 part vorweg genommen deswegen schmeiße ich dich jetzt einfach mal darüber mach doch einfach mal weiter christian während ich immer ein stückchen getränk zu mir nehme ja und zwar haben wir ja gerade kurz ein bisschen angeteasert dass du gerade an einem spiel dran bist was ist los ach eventuell kann ich nicht trinken okay ihr müsst euch das gerade vorstellen ich wir haben nur diesen kamerabild ausschnitt gesehen markus setzt die flasche an und dann macht er komische sachen damit ja ja also mit seinem gesicht meine ich danke für diese klarstellung okay alles klar gut wir kommen wieder auf dein spiel zu sprechen lieber q du hast ein spiel in entwicklung beziehungsweise ich habe gesehen bei steam dass es 2024 auch released wird möchtest du darüber einfach mal ein bisschen sprechen was ist das für ein spiel und ja gib uns ein bisschen ein blick erst mal zum release ich glaube ich bin da ein bisschen schon zu voreilig gewesen weil je mehr ich in meinem game design dokument arbeite desto mehr merke ich wie viel arbeit ich noch vor mir habe es kann schwer werden aber ich versuche es dass es ende des jahres rauskommt aber als early access ist jetzt auch keine neuheit mehr irgendwas schon mal in der vorab version zu veröffentlichen und vielleicht auch noch mal wichtiges feedback oder so zu kriegen also das tatsächlich würde ich gerne in der 1.0 version schon direkt releasen ohne early access glücklich sehr cool ich versuche das also mein plan ist es tatsächlich das ganze über ein groundfunding irgendwann mal finanzieren zu lassen anstatt über ein early access das ist so ein bisschen der plan von mir weil ich finde diese early access sache manchmal ein bisschen ja gerade bei einem story treffen game ein bisschen fehl am platz siehe baldur skate hat überhaupt nicht funktioniert baldur skate ist ein ganz ganz anderes thema da das ja massiv viel arbeit was dahinter steckt ja schon klar aber war halt auch ein early access ich wollte nur sagen das trifft halt nicht auf alles zu aber erzähl doch mal so ein paar eckpunkten eckpunkte zu deinem spiel noch gar nicht so sehr ins detail ist ganze nachher noch mal ganz ganz in ruhe und ausführlich machen aber vielleicht so ein paar sachen spiel kann ja erstmal alles sein in was für einem genre bewegen wir uns singleplayer multiplayer co-op was haben wir da zu erwarten es wird ein story driven singleplayer walking game mit puzzle elementen ich glaube da habe ich so ziemlich alles klar gerade in ein bottig geworfen es ist eine sehr düstere atmosphäre und hat ein sehr schweres thema im hintergrund und das thema ist depression ja toll das thema ist tod und verlust okay ja aber gut ist ja ist ja grundsätzlich jetzt erstmal nichts was schlecht sein muss oder was die stimmung nach unten ziehen muss also wenn ich da an spiele wie hellblade sanua sacrifice denke was ja auch mit verschiedenen schizophrenie und so weiter ja sich beschäftigt das spiel sage ich mal stimmen im kopf und so weiter was ja mit dem binauralen sound super umgesetzt worden ist da muss ich echt sagen ist das ein super umgang mit so einer thematik und trotzdem entwickelt sich spielspaß draus also es klingt jetzt erstmal natürlich sehr deprimierend wenn du sagst ja das spiel geht da und da rum und es erstmal so okay cool ein spiel über sehr negative themen aber man kann ja was sehr positives draus machen da bin ich sehr gespannt und auf deiner steam seite die es ja auch schon gibt zum spiel ähm möchtest du vielleicht den spiel titel auch mal nennen oder so damit oder möchtest du ja geheim halten nee nee das ist ist ja offiziell auf steam ja zum zum wishlisten bereit ähm das spiel wird faded heißen das ist sogar ein akronym das ich aber erst später ähm im spiel ähm verraten will okay weil äh jeder buchstabe tatsächlich in bedeutung ähm das wird aber am ende von der story dann quasi ähm revealed sag ich mal okay schauen wir mal hier habt ihr es zuerst gehört im minecast man könnte auch ein wortspiel draus machen der hauptcharakter heißt f.dead wenn du die buchstaben ein bisschen drehst von faded f.dead so passt vielleicht dann auch sehr zum thema also so schlimm ist es nicht nee okay gut sehr sehr gut also ähm du beschreibst es ja in dieser kurz zusammenfassung zum beispiel ähm hast du eben schon gesagt sondern visuell beeindruckender walking simulator mit puzzle elementen der dich auf eine emotionale reise durch einsamkeit und den täglichen kampf gegen die dunkelheit entführt das ähm beschreibt es glaube ich schon ganz gut so wie du es eben auch erzählt hast ähm von daher darf man da gespannt sein denke ich ähm ja ich würde sagen wir haben jetzt erstmal genug gehört als ersten eindruck also wer Lust hat auf so story driven games hat vielleicht mit faded irgendwann gegen ende 2024 oder Anfang 25 vielleicht je nachdem wie es läuft vielleicht schallert er ja auch richtig rein mit dem crowdfunding und äh plötzlich steht da ein entwicklerstudio hinter hinter dem lieben Q ähm ich würde es dir wünschen bist ein sehr sympathischer Dude ähm von daher schauen wir einfach mal was da so bei rumkommt ist auf jeden Fall interessant ich habe es mir auf jeden Fall schon mal gebuckmarkt um das nicht aus dem Auge zu verlieren klingt auf jeden Fall nach einer interessanten Sache äh und über deinen discord server habe ich da ja auch schon den ein oder anderen äh VIP Einblick sozusagen bekommen ähm in die Entwicklung das ist ganz interessant ich bin tatsächlich ehrlicherweise noch nicht dazu gekommen das zu spielen muss ich aber unbedingt mal irgendwann tun ähm du hattest auch nur die Möglichkeit mein erstes Projekt glaube ich im ersten Build äh zu spielen ja 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 von faded hat es bis jetzt tatsächlich noch keine Möglichkeit ja okay dann hat mich mein äh glaube gar nicht getäuscht zu wissen dass das irgendwie doch irgendwie ganz anders aussieht als das was ich gesehen habe okay dann bin ich auch nicht mehr irritiert über diese Differenz in der Optik okay ähm gut lange Rede kurzer Sinn kommen wir zu den zehn schnellen Fragen ich würde sagen äh Christian fängt an wir wechseln uns ab alles klar gut okay so ja dann würde ich sagen und los geht's Kaffee oder Softdrinks Wasser das steht nicht zur Auswahl aber okay Kaffee der Browser deiner Wahl Chrome zuerst Müsli oder erst Milch zuerst Müsli guter Mann Mac oder PC richtige Antwort Mac oder PC PC du kommst nach einem anstrengenden Tag nach Hause was machst du als erstes zur Erholung aufs Klo gehen fühl ich fühl ich also die lange Pause lässt mich ein wenig skeptisch werden ich meine auch gesehen zu haben wie du rot wirst aber lassen wir das äh bei Games lieber digital oder physisch äh Games im Bezug auf PC-Spiele oder wenn du dir ein Spiel kaufst digital oder physisch digital bei Brettspiele natürlich physisch ne beim Programmieren Musik ja oder nein auf jeden Fall ja ohne geht nicht was für Musik ähm durch die Bank also das wechselt bei mir tatsächlich im Moment sehr viel ähm wie heißt der ähm Jim Joseph oder so heißt der keine Ahnung okay zwei Wochen aufs Handy oder auf den PC verzichten Handy liegt eh meistens nur in der Ecke rum Marvel oder DC Marvel okay eine Million Euro auf deinem Bankkonto oder ein IQ von 145 oder höher eine Million ich hab schon hohen IQ oh der feine ja begibt sich mit der letzten Frage aus zehn schnelle Fragen nochmal auf gefährliches Terrain okay gut du emotionale Tretmine ähm lass uns doch mal ein bisschen genauer auf das Thema Spieleentwicklung eingehen dafür bist du ja heute hier wir befinden uns ja im Themenmonat ähm du bist ja noch nicht so drin im Mindcast Game ab und zu gibt es mal so einen Themenmonat bei uns wo wir alle vier Folgen oder manchmal sind es ja auch fünf kommt ja immer sonntags ähm Folgen des Monats auf ein Thema ausrichten und uns dann so komplett so ein bisschen durchbewegen du bist jetzt quasi der Gast der mit der Expertise in die Runde kommt und deswegen haben wir so ein paar Fragen uns überlegt die so ein bisschen in die Richtung aber nicht nur ähm abzielen und ähm ich würde sagen fang doch einfach mal an Christian ja sehr gerne ja wie alt warst du als du dich mit der ersten Programmiersprache auseinandergesetzt hast und äh wie kam es dazu und weshalb diese Sprache so jetzt wird es schwer ja meine erste Programmiersprache war damals ähm C++ da war ich 16 magst du sagen wie alt du jetzt bist so als Relation 40 okay ähm aber hab das tatsächlich nicht weiterverfolgt man ist jung dumm und macht viele Dinge ähm und hab tatsächlich Dinge genau und hab tatsächlich erst vor oh jetzt muss ich überlegen ja vor so zehn Jahren erst wieder angefangen und ähm meine erste meine erste wirklich richtige Programmiersprache die ich gelernt habe war Python aus dem Grund weil ich Physik studieren wollte und Python so ein elementarer Teil davon ist wegen Data Science äh Data Analyse ähm Machine Learning KI Deep Learning etc das ist ja so ein großes Thema in Python weil sehr viele Bibliotheken da drin sind mittlerweile geht es auch in anderen Programmiersprachen aber das ist halt so dieses State of the Art gewesen deswegen hab ich Python gemacht und da bin ich halt hängen geblieben irgendwie ja und äh bin dann halt dann über C Sharp und C++ hab da alles mal ein bisschen reingedippt und bin dann durch die ganzen Engines eben auch durch so Unreal Engine Unity ähm Game Maker Clickteam whatever was es da alles gibt und im Moment bin ich halt bei Gudo hängen geblieben weil das für so simple Projekte relativ gut zu machen ist ja das ist tatsächlich eine gute Sache deswegen so bin ich da ja auch drauf gekommen bei mir ist es so dass ich ähm hab ich in der Vergangenheit schon öfters erzählt sehr gerne mal in so hab ich ja eingangs auch kurz erwähnt in äh irgendwelchen Editoren von irgendwelchen Games rumeire dann da irgendwelche Maps erstelle und manchmal gibt's ja auch so ein paar Sachen womit man fast schon kleine Mods erstellen kann eigene Maps oder so ein paar Anpassungen vornehmen kann das mach ich persönlich sehr gerne weil man eben so Spiele die man sowieso schon hat und mag so ein bisschen ja anpassen und bearbeiten kann ohne jetzt programmieren können zu müssen müssen zu können müssen hätten wollten wären ähm wie sieht das bei dir aus wenn du jetzt eher so der Typ bist zumindest als den Typ hab ich dich jetzt kennengelernt bisher ähm der sich auch einfach hinsetzt und aus nem blank slate quasi aus nem weißen oder schwarzen Hintergrundbild ein spielbares Spiel entwickeln kann mit allen Einzelteilen sozusagen ähm würdest du das trotzdem machen oder hast du da schon Erfahrung mit gemacht mit irgendwelchen offiziellen oder inoffiziellen Editoren von Spielen zu arbeiten zum Beispiel keine Ahnung um dir mal für keine Ahnung äh Warcraft 3 eine eigene Map zu bauen oder irgendwo an anderweitig dieses bereits vorhandene Spiel zu erweitern über solche Editoren und Sonderfunktionen da erwähnst du was weil das war tatsächlich mein ganz allererster Berührungspunkt weil wir haben damals als wir jung waren ähm Unreal Tournament gespielt sehr heftig ich will Unreal Tournament spielen und dort dort haben wir tatsächlich auch Maps gemacht also eigene Multiplayer Maps oder Story Maps und so daran kann ich mich noch gut erinnern aber so in der Neuzeit jetzt tatsächlich nicht mehr also eher mein eigene Zeug anstatt irgendwas weiterzuentwickeln also ich weiß nicht wie war da deine Erfahrung mir war es damals immer total wichtig wenn ich diese Möglichkeit habe das irgendwie auszuprobieren weil ich hatte schon immer so ein bisschen dieses dieses kreative Gen in mir irgendwie das auszuleben und ich fand das immer wahnsinnig befriedigend schon wenn man sich was ganz simples gebaut hat irgendwie ein großes einen großen Würfel als Level in dem man einfach von einer Ecke zur anderen rennen kann und auf dem Weg dahin irgendwas einsammeln kann das war für mich schon geil weil ich merke boah ich kann jetzt in diesem Spiel was sich jeder kaufen kann kann ich selber rumlaufen und selber was machen so und das fand ich schon immer geil ist das auch was was dir Spaß gemacht hat damals kannst du dich da noch dran erinnern also auch also so ein ähnliches Gefühl bei dir hat es das erzeugt oder eher was anderes ja eher dass jemand anders da durchlaufen kann und das erleben kann was ich gebaut habe das ist eher weil ich bin ja auch eher so dieser Dungeon Meister Typ kenn ich mir macht es eher Spaß wenn andere Spaß dabei haben was ich gemacht habe also ja kann ich absolut nachvollziehen das ist auch so ein Trademark von mir glaube ich ich glaube da sind wir wirklich auf einer Wellenlänge was das angeht zumindest nicht von den Programmierkenntnissen da bin ich das Sandkorn am Strand und du die Flutwelle gefühlt so im Vergleich also die Messlatte wie gesagt man muss sie hochhalten genau die Latte immer hochhalten das ist ganz ganz wichtig wir haben am Anfang vor der Aufnahme ja schon das Bild gezeichnet wir sitzen zusammen zu einem locker nerdigen Gespräch auf dem Sofa ich links Christian rechts Q in der Mitte unsere Hände auf seinem Oberschenkel du brauchst ihn nicht zusammen Kammern ja das Sofa ist sehr klein und die Hände sehr schwitzig und sehr warm wow ich bin gerade ein wenig angewidert schade jetzt habe ich Patricks Geilmann nicht mehr auf dem Soundboard schade ja toll nur weil du unbedingt neue Sounds bildst ja zum Beispiel diesen hier ja ich will nicht sagen Müll aber doch ja gut lass uns weitermachen im Programm sonst verfahren wir uns hier in der ganz düsteren Ecke des Internets ja danke ja lieber Q was würdest du sagen war für dich die bisher größte Erkenntnis die du bei der Spieleentwicklung für dich herausgefunden hast da gab es da irgendwie so einen großen Aha Moment wo du jetzt sagen würdest das hat dich vielleicht geprägt eher weniger aber ich vergleiche das immer so mit der Magie wenn du herausgefunden hast wie ein ein Zaubertrick funktioniert dann beeindruckt das nicht mehr und dann guckst halt auch auf die Zaubertricks immer anders drauf so ist es bei der Programmierung auch dass du dann ein Spiel spielst das gerade so in der Early Access ist und du weißt dass es ein Indie-Team ist dann guckst du ganz anders auf das Spiel drauf und weißt wie einzelne Elemente funktionieren das ist eher so das Ganze also was mich dann prägt oder mir auch Ideen dann gibt ja also also das kann ich total nachvollziehen auch also bei mir ist das so wenn ich so Sachen angucke in denen ich mich relativ fit fühle also sowas wie keine Ahnung so Videos schneiden jetzt nicht nicht im Hollywood-Stil oder sonst irgendwas aber sowieso die Grundlagen dementsprechend gucke ich mir natürlich auch Videos anders an oder wenn ich zum Beispiel wenn Christian mal eine Rollenspielrunde leitet und ich mal nicht der Spielleiter bin das ist schon wieder viel zu lange her übrigens ja ich weiß da gucke ich natürlich auch und dann spiele ich natürlich auch mal so wie Spieler mich oft nerven zum Beispiel in der Pen & Paper Runde dann oder so weiter ich erinnere mich an meinen sehr feuer feueraffinen Magier Bollux Zunderbraue ich weiß es noch ganz genau genau Bollux Zunderbraue genau also ich kann das absolut verstehen dass man da natürlich so ein bisschen eine andere Perspektive hat aber ich finde es spannend also ich dachte erst deine Antwort geht ein bisschen in eine andere Richtung du hast ja gesagt ja das ist ein bisschen wie beim Zaubern wenn man einen Trick verstanden hat verliert das so ein bisschen die Magie im weitesten Sinn oder die Faszination ich dachte du sagst jetzt sowas wie ja seit ich programmieren kann macht mir das Spielen keinen Spaß mehr weil dann hätte ich das total strange gefunden dass du ein Spiel entwickelst so irgendwie du kriegst nicht genug vom Mindcast auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich werde auch du Supporter vom Mindcast Was ist denn eigentlich so dein Hauptspiel also gibt es irgendein Genre wo du sagst das ist so mein Go-To-Ding also wenn ich da eine Steam-Bibliothek durchgucke was würde ich da am meisten finden so als Genre alles also tatsächlich alles ich hatte eine ganze Zeit lang so ein ich hatte eine ganze Zeit lang Rocket League drin das ist aber ja von der Spielerschaft so ein bisschen anstrengend gewesen und ansonsten tatsächlich alles also bis aufs Sportspiel bis aufs Sportspiel also FIFA oder sowas bin war ich nie so wirklich der Fan aber eher ja Rollenspiele also von Horizon Zero Dawn über Resident Evil whatever ja das sind eher so meine Spiele oder Elden Ring Game of the Year oh ja man ja ja solche Dinge halt wo man sich halt wirklich drin verlieren kann ah und mein absolut Favorite natürlich Cyberpunk ach so ja verstehe ja wegen Cyberpunk Pen and Paper ja auch ja genau okay ja cool jetzt waren wir bei so einer großen Erkenntnis nach der Christian dich gefragt hat Aha-Momenten und so weiter was jetzt nicht so gegeben war scheinbar also nicht in dem Maße wo ich jetzt gedacht hätte dass das also für mich ist jede Erkenntnis in diesem Bereich voll der Aha-Moment aber ich verstehe deine Argumentation gibt es denn irgendwas so einen so einen riesen Rückschlag vielleicht auch gerade in Bezug auf deine Entwicklung an Faded oder auch gerne allgemein also irgendein Rückschlag Rückschlag der dich mega frustriert hat also irgendwas was so auf dem Frust Ranking ganz weit oben war und wie hast du es geschafft diesen Frustpunkt zu überwinden also was hat dir geholfen da so drüber zu kommen also in Faded habe ich tatsächlich im Moment noch keine Frustpunkte erlebt weil das sehr viel Art ist das heißt es ist sehr viel Zeichen das mache ich auch im Stream immer das ist für mich eher so ein Ausgleich aber in meiner Python Entwicklung weil ich auch für unsere Ärzte unsere Management Software mache habe ich beim Upload der Versionskontrolle ist bei mir das Internet ausgefallen dann war die komplette der ganze Tree den ich abgeloadet habe komplett corrupted und ich und habe das zu spät gemerkt und das nächste Mal als ich gestartet habe und die Versionskontrolle gecheckt habe hat er mir die Corrupted Files runtergeladen und mein ganzer Tree auf dem Rechner war am Arsch also richtig broken und ich musste quasi zwei Wochen Entwicklungszeit zurückschrauben weil halt der ganze Branch den ich da damals gemacht habe komplett weg war und wie fanden die Kollegen das so? die wussten das ja nicht die haben nur gedacht so das neue Update verschiebt sich jetzt um zwei Wochen okay bist du also nicht mit Hausieren gegangen sagst du schade ne ne weil die können nichts damit anfangen die können nichts dafür also dementsprechend hinsetzen weitermachen aber das war wirklich da habe ich erstmal zwei Tage nichts mehr gemacht hatte ich keine Lust mehr das kann ich so gut verstehen also vor allen Dingen auch wenn das so das ist ja auch einfach Lebenszeit die dann so mit einmal verpufft so zwei Wochen Arbeit oder was auch immer dann komplett einfach ja lost einfach komplett verschwendet ja ja da hat man Bock drauf und seitdem bin ich auch so ein so ein Daily Backupper ja dass ich nicht nur über GitHub und Versionskontrolle oder sowas mein Zeug safe sondern super altmodisch über Nasssystem zu Hause abends einmal alles was ich gemacht habe komplett auf eine HDD drauf und die wieder abstöpseln und gut ist dann hat man immer safe was naja sicher ist sicher das ist halt immer so das Ding wenn also Backups bringen dir halt nichts wenn das letzte Backup von einer sehr aufwendigen Arbeit einen Monat alt ist oder so das ist dann oder ein Jahr alt oder so das ist dann ah Version 0.1.2 aber schade wir haben doch eigentlich gerade Release Version 4.3 ja gut so gut stell dir das mal so ich wusste ja auch zu dem Zeitpunkt nicht dass so ein Branch halt komplett zerstört werden kann das war mir zu dem Zeitpunkt tatsächlich neu aber ist ja auch mal eine Lernerfahrung ja also da seitdem also wenn das dazu geführt hat dass du regelmäßiger und mehr Backups machst ist das ja eigentlich eine ganz gute Erfahrung gewesen so langfristig gesehen zumindest in dem Moment nicht in dem Moment nicht aber nun gut ja 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 gut dann würde ich jetzt mal wieder übernehmen stell dir doch einfach mal vor ich hätte jetzt voll Bock zu programmieren was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird aber stellen wir uns einfach mal vor ne ich hätte jetzt Bock zu programmieren was würdest du mir raten ähm was was wäre so die goldene Regel die du mir mitgeben würdest ne ähm ich sag mal mit mit was sollte ich anfangen mit welcher Sprache und äh sollte ich vielleicht direkt zu einer Toolbox greifen was wäre da so dein way to go äh das kommt drauf an äh in welche Richtung du in der Programmierung tatsächlich gehen willst willst du in die Spieleentwicklung rein ja sagen wir einfach mal ich möchte jetzt ich hab jetzt voll Bock ein Spiel zu machen okay dann wäre meine erste Frage willst du lieber 3D oder 2D machen ähm also ich 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 liebe so alte 16-Bit-Spiele also eher so Pixel-Art-mäßig dann ähm ja also tatsächlich würde ich dir tatsächlich Godot empfehlen ja weil ähm die eine hauseigene Programmiersprache GDScript drin haben die sehr sehr ähnlich an Python ist und Python hat einen super einfachen Syntax also Sprachgebrauch der sehr sehr schnell zu lernen ist und es ist eine Skript Sprache ähm die völlig ausreichend ist für jeden Anfänger und super einfach zu verstehen okay okay super einfach sagte er und musste mir mehrere Stunden helfen mit simplen Dingen ja wenn man so vergleicht wenn du zum Beispiel äh direkt die Unreal Engine nimmst mit einer C++ Sprache oder Unity mit einer C Sharp äh Programmsprache für jeden der noch nie programmiert hat sind die Programmiersprachen im Syntax erstmal komplexer weil du halt mehr machen kannst mehr äh Vererbungen machen kannst etc. die deutlich komplexer in der Anwendung sind ja also was ich bei Godot ja wirklich gut fand war dieses Node System von Anfang an ne also also dass du wirklich ja also für also mir hat es super geholfen zu wissen okay hier ist die Szene darin sind die und die und die Objekte die sind quasi untergeordnet ähm also so als visuelle Hilfe das hast du ja auch beim Erklären sicher gemerkt ich bin so ein sehr visueller Typ was das angeht ich bräuchte mir so ein Handbuch auch nicht durchlesen ich kann zwar lesen aber ich hab das nach 5 Minuten wieder vergessen dementsprechend also das also sowas hilft mir um gewisse Begriffe mal gehört zu haben aber nicht ums wirklich zu lernen also das ist wirklich so Learning by Doing und Sachen dann abspeichern okay das funktioniert so und so und dann kann ich das auch irgendwann vielleicht übertragen ne also so manche Sachen gingen dann ja auch besser irgendwann so ach guck mal das war doch hier wie bei dem und dem dass ich so Bezug auf selbstgemachte selbst bereits gemachte Dinge nehme und du sagst dann wieder ja ja genau das ist genau das Richtige und dann weiß ich ah okay ich denke in die richtige Richtung ne und dann kann ich da weiter abbiegen dann denke ich zwar ich bin auf dem richtigen Weg bin dann trotzdem wieder falsch aber der erste Gedanke war erstmal richtig also Godot fand ich jetzt so als wirklich Programmier Einsteiger auch angenehm also machbar es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an was möchte man damit machen klassischer Anfängertipp ist natürlich ja auch fangen mit was ganz ganz Simplem an um erstmal so die Grundfunktionen kennenzulernen ich hatte mir überlegt so ein kleines im Prinzip nur ein Hauptmenü um erstmal Menü checken wie funktioniert ein Menü auf Play drücken Level 1 wird geladen von unten spawnen Ballons die sich im besten Fall ein bisschen bewegen das war ja schon erweiterte Funktion dann also im Prinzip Ballons spawnen es sollen klickbare Objekte sein klicke ich drauf geht er kaputt ist es ein grüner Ballon kriege ich einen Punkt ist es ein roter Ballon verliere ich einen Punkt gewisse Punktzahl erreicht yay gewonnen nächstes Level gewisse rote Ballonanzahl ja leider Game Over so klingt erstmal super simpel hat mich aber schon viel viel Zeit gekostet ja da kommen wir zu dem nächsten Tipp was ich sagen würde ist schau dir Grundbegriffe in der Programmierung an deswegen empfehle ich jedem eigentlich Python zu lernen am Anfang weil es halt super simpel ist und super einfach nachher zu übertragen ist in andere Programmiersprachen weil nachher ist das Programmierdenken quasi das gleiche hast du schon mal eine KI sowas wie ChatGPT oder so benutzt um dir Programmierhilfe zu geben ich hab's versucht aber die sind tatsächlich extrem dämlich also gewisse Dinge funktionieren aber sind nicht best case die sind ultra komplex und du musst immer noch verstehen was er tut sonst kannst du sie nicht benutzen und das hab ich irgendwie mal eine Woche ausprobiert und dachte mir ich komm damit gar nicht zur Rande vor allem lerne ich dann auch gar nichts draus und zum zweiten haben die Sachen halt teilweise echt sehr sehr seltsam funktioniert oder gar nicht ja also ich hab da mal ein Video drüber angeschaut wo dann jemand gesagt hat keine Ahnung hier zeig mir in der und der Sprache den und den Code und das soll das machen keine Ahnung ich möchte meine Figur mit WASD bewegen können zum Beispiel oder so und dann kam da irgendein Code hat das reinkopiert ging dann auch aber irgendwas hat nicht funktioniert und dann fand ich halt ganz cool also dafür finde ich diesen KI-Gedanken eigentlich ganz nett dass er dann der KI einfach gesagt hat ja schon ganz cool aber das und das funktioniert nicht bitte gib mir den richtigen Code und dann wurde das nochmal überarbeitet so es ist natürlich auch wieder Zeit die ins Land geht so aber ich finde den Gedanken eigentlich ganz cool wenn du an so einem Problem bist und du kannst das ja auch mit deinem eigenen Code theoretisch machen also wie gut das dann wieder am Ende funktioniert es kommt natürlich auch auf Komplexität des Codes und so weiter an und die KI kennt natürlich nicht den Kontext das müsste man ja auch alles als Information reinfüttern finde ich aber eigentlich eine coole Idee wenn du mal so eine schnelle Lösung brauchst oder als Idee dein Code reinkopieren das und das funktioniert nicht wie kann ich es lösen und dann dir den neuen Code angucken und wenn du die Sprache verstehst die dort genutzt wird kannst du ja vielleicht schon das Problem sogar ableiten ja früher war quasi dein ChatGPD war halt Stack Overflow das ist quasi so ein Forum wenn du ein Problem hattest dann bist du da reingegangen und jetzt benutzt du halt ChatGPD für deine Probleme weil es ja deutlich schneller geht ja für viele Sachen halt wenn es jetzt nichts aktuelles sein muss was jetzt gerade tagesaktuell ist dann funktioniert das oft tatsächlich ganz gut aber es gibt ja auch noch viele andere Tools da mittlerweile in die Richtung wir haben jetzt hier und da schon über dein Spiel Faded gesprochen du bist jetzt ja gerade so hast du gesagt so als Indie Solo Indie Game Dev gerade in diesem Prozess dein erstes richtiges Spiel auf Steam zu releasen du bist quasi so mitten im Steam Lounge es ist ja noch nicht richtig da man kann es wishlisten du hast ja gesagt ja so Ende des Jahres wenn es gut läuft wie war dieser Prozess für dich also zu sagen ich habe hier einen Haufen an Daten der stellt mein Spiel dar das möchte ich anderen zur Verfügung stellen ich entscheide mich für Steam erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen wenn du magst was da so dein Prozess war wie läuft das überhaupt ab gibt es da Beschränkungen was man einreichen kann bist du da vielleicht über das ein oder andere Problem gestolpert wo du nochmal nachbessern musstest erzähl doch mal so ein bisschen den Prozess von ich habe hier mein Spiel das soll veröffentlicht werden zu Tag jetzt oh das ist tatsächlich also viel bei Steam darf ich gar nicht erzählen weil du als Partner eine NDA hast na toll du darfst ja du darfst halt aus den internen Bereichen nichts erzählen ja so Vereinbarung und so weiter ist klar der Anmeldeprozess deswegen wollte ich das Ganze auch mal machen einmal komplett von A bis Z ein Spiel entwickeln weil man gar nicht weiß wie viel Zeit da ins Land geht von seinem Game Design Dokument bis hin zu einem richtigen Launch Steam ist halt die erste Wahl weil halt du hast halt 30 Millionen Nutzer irgendwie gleichzeitig ja das ist halt woanders kriegst das halt nicht so schnell auf die Kette jetzt habe ich die Frage von dir irgendwie aus dem Kopf gestoßen wie war der Prozess also wie war der Prozess von hier ich habe mein Spiel und es ist jetzt auf Steam verfügbar zum Wishlisten die Arbeit bis dahin die war anstrengend weil du brauchst sehr viele Sachen für Steam also du musst dir die ganzen Bilder für die Bibliotheken und so erstellen das war mir im Vorhang von vornherein gar nicht klar wie viel Content du quasi für dein nur für deine Shopseite zur Verfügung stellen musst damit du quasi angenommen wirst und es dauert ja auch eine Weile bis du überhaupt bei Steam angenommen wirst aber es lohnt sich also ich würde es noch mal machen tatsächlich weil es ist eine Erfahrung die man machen sollte wenn man ein Spiel entwickelt oder ein Spiel machen will meinst du mit meinem Ballongame hätte ich da eine Chance ja guck mal auf Steam wie viel guck mal auf Steam wie viele Spiele tatsächlich dort jeden Tag released werden und das für Spiele das stimmt wenn das kleine Spiel Spaß macht und sei es nur für eine Stunde hast du Leute dazu gebracht Spaß zu haben das ist doch alles was zählt dabei ja das stimmt allerdings das stimmt und nein keine Sorge ich habe nicht vor diese Gurke zu veröffentlichen an alle die das jetzt hören keine Sorge es sei denn über steady.de slash Mindcast ne aber da hast du lieber Q mir gerade eine schöne Rampe zur nächsten Frage gegeben und zwar würde es mich mal interessieren wie ist das wenn du ein Spiel released hast und jemand zockt es und du siehst die Reaktion da drauf was macht das mit dir also ich kann das also das kann ich nur tatsächlich vergleichen vom Pen and Paper Aspekt weil bis jetzt hatte ich ja noch nicht ganz so viele Spiele wo andere gespielt haben außer meinen ersten Prototyp von meinem Sidescroller das ist genau das wo halt auch ein Entwickler von lebt irgendwie also du machst ja Spiele dass andere sich dass andere Spaß haben das ja ein Autor schreibt ja auch ein Buch dass der andere sich da drin wiederfinden kann und Spaß hat eine gute Zeit haben kann deswegen hat man ja auch als Entwickler oder als Autor eine ziemlich große Verantwortung was Content angeht weil die Erinnerungen die du dadurch forcierst werden ja irgendwann mal zu den richtigen Erinnerungen also zu richtigen Erlebnissen und ich glaube das ist halt wirklich das Beste wenn dann jemand zu dir kommt boah das war jetzt ein geiler Abend es hat Spaß gemacht die Story war cool wann das nächste Mal am besten in zwei Stunden können wir nicht noch eine Stunde ja und das ja oder können wir nicht noch eine Stunde wir haben doch erst ein Uhr morgens oh Gott der Wecker deswegen fangen wir schon morgens an naja ähm jetzt bist du bei einem Release und wir gehen natürlich davon aus dass Faded komplett durch die Decke gehen wird ja dass es komplett alles abreißt was Steam jemals gesehen hat ja ich würde es dir wünschen ähm kennst du noch die ganz alten Kopierschutzmechanismen ähm meine Frage dahingehend wäre nämlich wann können wir mit einer Pappdrehscheibe aller Monkey Island für Faded rechnen eine Pappdrehscheibe ey Alter du bist 40 jetzt sag mir nicht du kennst das nicht mach mich nicht schwach glaubst du ernsthaft also ich kenne andere Kopiermechanismen aber die Drehscheibe ist ja schon sehr speziell ey du machst mich fertig was ist los mit dir lass mich doch nicht so hängen geile Frage ich hab tatsächlich ich hab tatsächlich Monkey Island gespielt aber die Drehscheibe sagt du tatsächlich das war eine dem Spiel beiliegende Pappscheibe mit so einem großen äußeren Kreis und einem inneren Kreis und dann musstest du halt nach Angabe im Spiel quasi so bestimmte Kombinationen drehen und das Ergebnis wurde dir dann eben angezeigt da hattest du so Sichtfenster in dieser Pappscheibe und du musstest halt eine bestimmte Drehung machen und dann konntest du das Ergebnis ins Spiel übertragen und damit war klar okay du bist im Besitz der Pappscheibe also besitzt du das Originalspiel ähm genau das war das kannte ich aber von Fugger 2 na siehste Fugger hatte tatsächlich in der Pappschachtel hatte der Karten drin und dann hast du wurde es da aufgefordert eine Karte zu ziehen und die Nummer einzugeben von diesem Stapel naja es gibt ja auch so Klassiker wie äh welches Wort steht auf Seite 17 des Spielhandbuchs äh in Zeile 5 an sechster Stelle oder sowas fand ich immer super nervig weil ich die Spielanleitung immer super schnell weggeschmissen hab ähm ich dachte du weil du nicht lesen kannst was? ne nicht lesen will nachdem ich mir das das ist mir tatsächlich einmal früher passiert bei einem Spiel wo man das brauchte ich wusste das aber nicht ich hab das Spiel ausgepackt bababab äh alles weggeschmissen was ich nicht brauchte ich war noch nie so ein so ein Krimskrams Aufhebtyp und dann starte ich das Spiel oh shit musste ich erstmal voll im Müll wühlen und dieses Handbuch da wieder rausholen das war super nervig ähm naja gut ja jetzt bin ich mit der Frage ein bisschen ins Leere gelaufen aber kennst du vielleicht ähm wenn du jetzt an diese alten klassischen Kopierschutzmechanismen denkst von den analogen Spielen noch heutzutage wird das natürlich alles ein bisschen anders geregelt den du dir für dein Spiel vorstellen könntest also entweder im Sinne von okay jetzt will ich die Spieler richtig abfacken oder ich will denen irgendeinen coolen Kopierschutz mit auf den Weg geben es gibt ja auch so Sachen mittlerweile dass wenn du ein Spiel crackst oder so dass dann ein bestimmter wichtiger Story-NPC fehlt oder so du kommst einfach nicht weiter in der Story oder solche Geschichten aber so aus diesem analogen Zeitalter kannst du dir da irgendwas vorstellen wo du sagst das fände ich irgendwie witzig für Faded hm ich würde es eher analog digital also das mit dem Handbuch finde ich ultra stark weil dann würde ich das tatsächlich auch so direkt am Anfang sagen so in der Geschichte auf Seite whatever in dem Buch oder halt auf meiner Homepage ist quasi dein initiales Passwort zum Reinkommen überhaupt ok dazu generierst du ja auch noch Klick auf der Homepage hm 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 verstehe Marketing da merkt man wer aus dem IT-Bereich kommt verstehe verstehe ja ähm jetzt stell dir doch mal vor äh Faded ist draußen würde allerdings auch einen physischen Release kriegen ähm klassischerweise war es ja damals so dass du in dieser Pub-Schachtel noch so ein paar Goodies dabei hattest ne immer mal wieder ähm könntest du dir das für dein Spiel dann auch vorstellen und wenn ja was wäre vielleicht drin hm was wäre drin also vorstellen könnte ich es mir tatsächlich nicht weil ähm ich bin so ein bisschen Verfechter von Müllvermeidung ja und so eine CD etc ist sau viel Plastik ähm Papier und so da finde ich das digitale Zeug schon ein bisschen besser auch wenn das natürlich auch sehr viel Ressourcen frisst aber wenn was drin sein sollte hm da es ja zum Spiel passt ähm würde ich tatsächlich ähm von den Hilfsseiten also von der Mental First Aid eine Broschüre mit drin haben also das sind eher so andere Goodies ja die ich reinmachen würde und nicht so Leute boah cool es macht voll Spaß sondern tatsächlich es gibt ja diese Mental First Aid ähm Organisation also quasi erste Hilfe nur für mentale Sachen und nicht für äh für körperliche Beschwerden ähm dann halt ähm je nach Land halt auch diese Hilfe Nummern würde ich mit rein weil die haben ja auch immer die Karten ja gute Idee auf jeden Fall passt das erste was ich dran denke was da reinkommt also mehr so ein seriöser Ansatz der eher hilfreich ist ähm okay ja finde ich das auf jeden Fall ein ganz cooler Ansatz ähm man könnte jetzt also wenn man jetzt böse Zungen würden behaupten ich mache das manchmal ein bisschen sarkastisch über dieses Thema sprechen würde ich ja sagen man könnte Antidepressiva reinlegen oder ein kleines Seil oder irgendwie sowas aber ich finde tatsächlich diesen ernsten Ansatz auch äh sehr cool ähm ist natürlich dann jetzt auch kein komödiantisches Spiel dass das äh auf die Schippe nimmt von daher wäre das natürlich nicht angemessen ne aber ähm also ich fand tatsächlich früher diese diese als es noch diese größeren Pappschachteln gab bei den Spielen bevor das alles zu diesen äh DVD-Cases übergegangen ist die dann ja auch irgendwie irgendwann nur noch ein CD-Key drin liegen hat oder ein Steam-Key oder so nicht mal mit ne Disc ähm da fand ich es immer cool wenn so Rollenspiele irgendwie ne Karte dabei hatten oder wenn es mal irgendwie so Postkarten noch dazu gab mit den äh Charakter-Arts oder irgendwie sowas das fand ich immer sehr sehr cool oder hier und da mal nen Soundtrack ähm wo das noch nicht alles in Ultra-Deluxe äh Day-One-Editions und so weiter verkauft worden ist wo da wirklich auch nochmal was beim Spiel dabei war zusätzlich und das trotzdem eben einfach den ganz normalen Preis des Spiels gekostet hat ähm das fand ich sehr schön ich kann mich dran erinnern bei Ultima 9 damals war es glaube ich da gab es so ne so ne Stoffkarte ähm von der Spielwelt und das fand ich irgendwie sehr cool und das das waren immer so Extras die sind mir so im Gedächtnis geblieben aber das ist mittlerweile echt alles ausgestorben wenn du irgendwas zusätzlich drin haben willst oder überhaupt ne Disc vom Spiel teilweise haben willst musst du ja schon die Ultra-Deluxe-Edition kaufen also das wird ja immer weniger dass du irgendwas tatsächlich in die Hände kriegst für dein Spiel egal ob du es dir physisch kaufst oder nicht was es echt lächerlich macht also als ich das erste Mal ein Spiel gekauft hab in so einem DVD-Case und da nur ein Steam-Key drin war ich bin fast ausgerastet ich dachte mir was ist das denn für ne Scheiße weißt du du ja also der Gedanke du gehst in den Laden ja um dir dieses Spiel physisch zu kaufen machst es auf und hast dann den Code für das digitale Spiel du hast dem du hast im Prinzip ne 50 Euro teure Schachtel gekauft das ist einfach so dumm und ich hasse es und seitdem ich seitdem ich das gemacht habe ich hab mir danach nochmal so zwei, drei Mal oder lass es vielleicht zehn Mal also hier auch mal so ein Playstation-Spiel oder so alles cool aber ein PC-Spiel hab ich mir seitdem nie wieder physisch gekauft weil ich das so dumm finde das hat mich so aufgeregt das ist komplett hängen geblieben im Kopf dieses Erlebnis und das das mach ich nicht mehr das mach ich nicht mehr ja tatsächlich mein letztes physisches PC-Spiel war StarCraft 2 wow aber dafür immerhin ein gutes ja keine Möhre jetzt haben wir schon über deine fantastischen Ambitionen gesprochen die Latte die hochgesetzt und gelegt wird für deinen Spiele-Release Ende des Jahres möchtest du dich da schon auf ein Datum festlegen wir haben ja schon drüber gesprochen dass du da ja viel mit vorhast und auch den Anspruch an dich selbst stellst möglichst kein Early Access sondern das Ganze vielleicht über Crowdfunding irgendwie noch ein bisschen zu supporten oder supporten zu lassen in dem Fall natürlich dann aus deiner Perspektive gesprochen wenn du jetzt die Möglichkeit hättest sagen wir mal welche Personengruppe welche Institution welche Einzelperson welches Duo welcher Podcast der zufällig auch einen YouTube-Kanal hat oder so also welcher Influencer im weitesten Sinne wäre deiner Meinung nach perfekt um dein Spiel der Welt vorzustellen und warum das ist das ist schwer das wüsste ich noch nicht also wenn du dir jetzt wen aussuchen könntest nach Motto ey übers Crowdfunding kam ein bisschen Kohle rein für vielleicht auch einfach ein gezieltes Placement oder weil du kennst Personen X oder Y die vielleicht einen Podcast haben und sowas auch ein bisschen in die breite Masse treten könnten nein also wenn du dir irgendwen aussuchen könntest wer würdest du sagen würde zu deinem Spiel passen sei es jetzt weil das jemand ist der selbst sich schon mal zu dem Thema geäußert hat selbst vielleicht ein bisschen unter diesem Krankheitsbild leidet oder sich da selbst schon engagiert oder weil das jemand ist der gerne Story-Driven Games spielt gibt es da irgendjemand oder verfolgst du diese ganze Influencer-Szene überhaupt so weit dass du sagen könntest da gibt es jemanden aus dem Gaming-Bereich tatsächlich bin ich in einem Influencer zu euch gar nicht so tief drin ja ich gucke meine Twitch-Stream sondern habe meine Streamer wo ich da regelmäßig reingucke aber tatsächlich das ist so die Sparte wie Senua's Hellblade was glaube ich eher weniger für so Metier geeignet ist weil ich kann mir nicht ich weiß gar nicht wie Senua das damals gemacht hat mit dem mit dem Marketing aber ich wüsste im Moment tatsächlich nicht wem ich das irgendwie anvertrauen sollte dass er das promotet gar nicht außer euch vielleicht dass ihr das nochmal vorstellt ja Mensch jetzt wo du es erwähnst es gibt auch übrigens einen Twitch-Kanal ja ja aber Streams nur noch über YouTube tatsächlich ja das Ding ist also ich will mir das ja sowieso angucken also mich interessiert natürlich was machst du letzten Endes aus dieser Idee also nicht nur weil wir uns jetzt drüber unterhalten haben sondern also wir haben uns ja vorher auch schon so ein bisschen drüber unterhalten gehabt das interessiert mich dann natürlich auch so ein Spiel zu spielen das jemand programmiert hat den ich kenne das ist natürlich dann auch eine coole Sache irgendwie das ist ja dann so ein bisschen das Gegenteil von dem was du gesagt hast ich spiele was und möchte sehen dass jemand Spaß dran hat macht es mir natürlich andersrum auch Spaß etwas zu spielen wo ich sage okay das ist alles von diesem Menschen da programmiert und dieses kreativ ausgelebte dann selbst spielen zu können finde ich auch total cool also das ist eine andere Sache aber ich finde es total solide dass du auch sagst ich kann mir da jetzt gerade gar kein vorstellen irgendwie das finde ich ist auch völlig okay ich kann mich zum Beispiel daran erinnern ich habe damals auf Twitch habe ich tatsächlich Hellblade gestreamt komplett okay und das war sehr cool also Christian hat damals auch zugeguckt das war ein sehr also ein Spiel wo man auch mal weniger gesprochen hat dabei weil man einfach das sehr viel auf sich wirken lassen konnte auch das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das Spiel was zum Streamen geeignet ist aber ich muss sagen von vielen vielen Spielen die ich schon gestreamt habe war das eines der Spiele die mir am meisten im Stream Spaß gemacht haben weil eben so diese sehr emotionalen Momente da gewesen sind weil die Zuschauer teilweise auch mitgefiebert haben oder dann teilweise auch so diese Rätseln ein bisschen involviert waren und geschaut haben wo geht es weiter und so weiter das war irgendwie ein total cooles Erlebnis auch wenn auch wenn das jetzt nicht so der Party Streamer okay den gibt es bei mir eh nicht aber so dieses wo man ständig irgendwie so ja oh danke für die 50er Subbombe auch das gibt es übrigens bei mir nicht also diese Standard Sachen die so in vielen Streams einfach laufen die waren da einfach nicht so es war alles ein bisschen ruhiger es war alles so ein bisschen gesettelter und alle die dabei waren hatten auch Bock das Spiel auch so auf sich wirken zu lassen und das fand ich einfach total schön deswegen ist das als Streamerlebnis bei mir wirklich hängen geblieben ja und ich bin mal also ich bin wirklich sehr gespannt wie dein Spiel dann tatsächlich auch ankommt weil es eben wie du schon gesagt hast so eine etwas schwierigere Thematik verfolgt da muss man ja auch mit einem gewissen Fingerspitzengefühl rangehen um das so ein bisschen reinzubringen eventuell auch Selbsterfahrung mit reinzubringen um das oder halt entsprechend sich informieren um das auch gut rüberbringen zu können authentisch rüberbringen zu können und wenn du da noch den Anspruch hast vielleicht mit dem Spiel auch jemandem zu helfen der in dieser Thematik drin steckt in ungelöster Form genau es geht eher darum außenstehenden einen Einblick so ein erhaschen zu lassen wie es quasi so einem Betroffenen geht in welcher Dunkelheit der sich befindet und was für einen Kampf er eigentlich auf sich nehmen muss um da jeden Tag irgendwie rauszukommen aber auch dafür brauchst du ja eine gewisse Nähe eine gewisse Authentizität in dem Thema um das eben rüberbringen zu können also ich könnte das jetzt nicht ich habe meines Wissens nach selbst noch keine Depression oder irgendwas Vergleichbares gehabt außer mal so eine Winterdepression wo man keinen Bock hat auf irgendwas und kenne meines Wissens nach auch niemanden mit einer wirklichen Depression der mir offen gegenüber gesagt hätte ich habe eine Depression hallo man kennt natürlich irgendwie im also wenn man Menschen kennt hat man immer mal irgendwo irgendwen dabei wo man sich denkt puh geht es dem gut oder geht es der gut gerade im Freundeskreis oder so denkt man natürlich schon mal boah wie kann ich der Person helfen wenn die gerade so eine Downphase hat und da gibt es natürlich auch hier und da immer mal jemanden also ich denke da gerade speziell an eine Person Christian die kennen wir auch beide die in den letzten Monaten irgendwie viel um die Ohren hatte die viel negatives drumherum hatte und so weiter wo ich mir auch oft denke wie kann ich helfen und dann immer also ich für meinen Teil gehe halt oft so den schwierigen Grad zwischen lass die Person in Ruhe wenn sie etwas möchte weiß diese Person dass du da bist als Freund zum Reden zum Helfen zum was auch immer und diesem frag doch mal wieder nach frag doch vielleicht einmal häufiger als bei anderen nach wie geht es dir kann ich was für dich tun oder lad doch mal ein zu lass uns was unternehmen oder sonstiges in der Art und ich finde das ist ein super schmaler Grad und deswegen gerade wenn du jetzt sagst ich möchte die Leute den Leuten so ein bisschen diese Perspektive eröffnen da mal so rein zu gucken wie sieht das in diesen Leuten aus finde ich ist das total cool das ist ein cooler Ansatz muss natürlich wie gesagt dann auch entsprechend umgesetzt werden sonst kann das natürlich voll nach hinten losgehen ja klar deswegen bin ich sehr gespannt wie das Spiel letzten Endes bei Leuten ankommt aus beiden Lagern also sowohl extern ich stecke da irgendwie drin als auch nee intern ich stecke da irgendwie drin in der Problematik und extern ich kenne vielleicht jemand oder ich habe da noch nie Berührungspunkte mit gehabt deswegen total spannend ja ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen in welcher Form auch immer zwinker zwinker um einfach mal zu schauen wie du so an dieses Thema rangehst irgendwie das finde ich total spannend weil das ist ja wie gesagt so ein Fingerspitzengefühl Thema und ja also ich glaube ich könnte das nicht ich wäre dann eher so der der das Thema irgendwie verarscht und auf die Schippe nimmt also da bin ich einfach zu wenig in dem Thema drin also ich bin auf jeden Fall für ernste Themen zu haben aber das Thema so in dem Spiel zu verwursten das boah nee das würde ich mir nicht zutrauen ganz ehrlich also da auf jeden Fall schon mal Respekt dass du dich überhaupt für dein erstes richtiges Spiel was veröffentlicht wird so an so ein Thema direkt dran traust das ist schon krass also finde ich finde ich echt also das alleine wäre schon so diese erste Stufe die wäre irgendwie so da oben und ich bräuchte eine Leiter um überhaupt da hinzukommen wo du sagst ja ich mach das war tatsächlich auch letztes Jahr wo ich die Lore geschrieben habe die ersten drei Chapters habe ich danach erstmal zwei Wochen Pause gebraucht von dem ganzen Entwicklungsprozess weil mich das so mitgenommen hat das Ganze zu schreiben also diese Konversation da drin dass ich erstmal zwei Wochen Kraft tanken musste absolut verständlich also man ist ja da also man ist ja da mit dem Kopf auch irgendwann so drin in dem Thema egal wie sehr man vielleicht selber damit zu tun oder nicht zu tun hat also es dreht sich ja irgendwie alles nur noch um dieses Thema und selbst wenn du nicht mit drin bist thematisch selber hast also steckst du ja trotzdem irgendwie drin das ist ja ja krass Ja gut dann würde ich einfach noch zu unserer letzten Frage kommen und zwar im Hinblick auch darauf dass es tatsächlich gar nicht allzu lange her ist dass ein gewisses Event stattfand die AGDQ und ich auch generell falls AGDQ nicht sagt das heißt Awesome Games Done Quick wo es darum geht um sogenannte Speedruns und ich bin auch ein riesen Freund von Densen der dem oder der vielen ein bisschen was sagt der übrigens jetzt gerade das Projekt hat Super Mario Bros. 1 vom NES in unter 5 Minuten durchzuspielen was hältst du von Speedruns generell mit und ohne Glitches eine ziemlich coole Sache A macht mega Laune den Leuten zuzugucken und es gibt auch viele gute Spiele die genau auf das abzielen tatsächlich mein erstes Projekt war auch tatsächlich ein Speedrun Spiel also so ein Timerunner also das Projekt liegt noch da das wird auch irgendwann mal veröffentlicht bis der ganze Tree corrupted wird nee das liegt hier schön auf einer Festplatte ist alles safe und für Entwickler finde ich so Speedruns immer cool zu sehen was die Spieler quasi herausfinden wo sie durchglitschen können wo du dir als Entwickler nie Gedanken gemacht hast dass sie überhaupt auf die Idee kommen an die Ecke zu laufen also ich finde es cool du hast ja gesagt dein erstes Projekt das ich ja kenne so vom optischen her leider bin ich nicht zum Spielen gekommen aber es ist ja auch nicht so ganz mein Spieltyp hatte ich ja anfangs schon mal gesagt dann bist du da ja so ein bisschen kopfmäßig auch drin in dieser Speedgeschichte hast du selber schon mal einen Speedrun gemacht in irgendeinem Spiel also jetzt abgesehen von deinem eigenen Programmieren eines Timerunners äh nö tatsächlich nicht ich gucke mir die Sachen immer gerne an weil ich bin eher der gemütliche Spieler also egal was ich spiele ich gucke mir immer alles an baue langsam auf und genieße das Spiel so wie es eigentlich irgendwie vorgesehen war irgendwie keine Ahnung also ich lasse mich da nicht hetzen ich meine für zum Beispiel Horizon Zero Dawn habe ich ewig gebraucht um es durchzuspielen weil ich mir irgendwie jeden Grashalm angeguckt hatte bist mehr so der Blumenpflücker-Typ anstatt der Bäumefeller verstehe ja ich ist jetzt so ein MMO-Ding ist jetzt so ein MMO-Ding immer links und rechts vom Weg ab und Blumen pflücken ja da ist was oh ich muss noch drei Eier sammeln aber du musst die Prinzessin retten aber da liegt noch eine Blume die Prinzessin kommst halt irgendwann so nach 350 Spielstunden in Mario kommst du so im Schloss an und liegt einfach nur so ein verdorrtes Skelett in der Ecke einfach so please help bin ich zu spät Mario schon so ein Bart alter und 30 Enkel mit irgendeiner anderen Prinzessin irgendwie naja das ist auch wie ein Elden Ring wenn du halt viel zu viele Stunden investierst am Anfang ist dir alles anzugucken und kommst dann zum ersten richtigen Boss und husten fast One-Shotten und denkst dir warum hatten alle so ein Problem damit obwohl du eigentlich schon 30 Level drüber warst naja das ist ja generell so ein bisschen das Levelproblem bei den Soulsborne Spielen wenn du dir zu lange Zeit lässt wird es zu leicht bis zu einem gewissen Grad zumindest ja deswegen versuche ich Open World Spiele mittlerweile so ein bisschen zu meiden weil ich bin da auch sehr empfänglich für hier hast du die Hauptquests aber da sind noch so ganz viele Nebenquests die triggern mich die müssen weg von der Karte selbst irgendwas so Sammlerquests das ist grausam bei mir das ist richtig grausam ja das Schlimme bei den Open World Spielen ist ja da habe ich ja auch eine sehr sehr zwiegespaltene Meinung immer wieder mal ich liebe sie aber ich hasse sie das Problem bei den Dingern ist ja einfach dass du oftmals sehr sehr viele coole Nebenquests hast aber ganz oft auch ganz viel Müll der einfach nur irgendwie Zeit schinden soll und da raus zu filtern ohne das Spiel zu kennen ist halt super schwierig da hast du immer diese typischen Fetch-Quests geh zu dem hol mir das bring es mir wieder wo du irgendwann sagst ja toll also für eine lustige Dialogzeile mache ich das jetzt nicht 30 Minuten lang wenn du die dann aber links liegen lässt verpasst du dann vielleicht die geile Questline die einfach der Hit in dem Spiel ist die man unbedingt gespielt haben muss um das Spiel überhaupt richtig feiern zu können und das finde ich halt immer super nervig also da bin ich mittlerweile auch eher dass ich ja nicht unbedingt sehr nicht unbedingt sehr lineare Spiele aber weniger Open World also ich möchte Open World Spiele immer mögen und ich mochte auch den Ansatz von Elden Ring dass das mehr in so eine Open World gesetzt worden ist fand ich erst komisch hab mich immer schnell dran gewöhnt und auch da haben sie ja Möglichkeiten das zu steuern wann man in welche Gebiete kommt und so weiter ja ich gucke dich an altes Plateau das sind einfach so Sachen wo man sagen kann das gibt gute Beispiele und negative Beispiele natürlich wie in jedem Genre und in jedem Spiel aber ich bin da mittlerweile auch ein bisschen weg von muss ich sagen deswegen bin ich froh dass Faded kein Open World Spiel in explosiven Ausmaße wird und das ist ein guter Zeitpunkt damit du nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren kannst für dein Spiel erzähl doch einfach mal so viel oder so wenig über das Spiel was du möchtest um den Leuten die Wartezeit bis Ende 2024 ein bisschen unerträglicher zu machen damit sie sich das direkt wishlisten und einmal in der Woche gucken ist es schon da ist es schon da ist es schon da nein Esel Halt's Maul ich glaube so viel Werbung kann ich gar nicht mehr machen wir haben jetzt wirklich schon sehr viel drüber geredet vor allem was auch nachher drin sein soll ich denke auch die nächsten Wochen werden auch die ersten Trailer dann auch auf die Seite kommen da lohnt sich das wishlisten doch schon mal genau aber viel mehr dazu sagen kann ich im Moment tatsächlich nicht weil wir schon sehr viel drüber geredet haben und mehr wird es auch nicht sein okay also es ist eine sehr düstere Atmosphäre das auf jeden Fall könntest du dir denn vorstellen also ich habe das jetzt so verstanden dass es geplant ist als ein Projekt als abgeschlossene Story die zum Release quasi von Anfang bis Ende spielbar ist könntest du dir vorstellen dass es zu diesem Spiel noch irgendeine Form von Erweiterung oder Zusatz Add-on Fortsetzung oder irgendwas in die Richtung gibt also irgendwas was dieses abgeschlossene aufbricht und sagt hier geht es weiter eher eine Fortsetzung okay tatsächlich vielleicht sogar in einem anderen Grafikstil aber definitiv eine Fortsetzung okay also es kommt halt darauf an wie gut es dann noch ankommt wie gut das Ganze läuft das muss man ja auch noch ein bisschen davon abhängig machen genau also das hängt ein bisschen davon ab wie viele Menschen zum Beispiel die die das hier hören faded auf Steam Link in der Beschreibung sich vielleicht schon mal reinballern wollen also ballert mal kannst du schon was sagen zum Preis den du dir vorstellst es wird nicht mehr wie 10 Euro kosten weil ich auch geplant habe alles was ich nicht an Ausgaben für das Spiel gebraucht hatte wie weil ich kann nicht alles selber machen also einen Voice Actor brauche ich sonst mache ich sonst mache ich alles tatsächlich selber über Musik über alle Art etc. nur Voice Acting brauche ich halt Leute wenn das alles quasi finanziell gedeckt ist wird der Rest alles gespendet ja finde ich sehr cool ich schätze mal so wie ich das bisher rausgehört habe an eine entsprechende Organisation genau also das ist noch nicht ganz sicher also auf jeden Fall eine die sich mit der Mental First Aid beschäftigt davon gibt es ja so die eine oder andere sehr gut da wird dann ein Großteil davon auf jeden Fall hingehen dann ja das finde ich ist doch eine gute Sache weil es wird kein Spiel sein wo ich wo ich mich bereichern will sondern das soll den Leuten zugutekommen die tatsächlich damit zu kämpfen haben ja das ist doch ein sehr edler Ansatz auf jeden Fall finde ich sehr sehr cool du hast eben schon gesagt also wenn dann Fortsetzung ist das sowas wo du sagst das kann ich mir jetzt schon direkt vorstellen da habe ich schon Gedanken zu oder ist das so ein Ding wo du dich noch gar nicht mit beschäftigt hast inhaltlich nur ansatzweise also wie könnte es gehen wenn genau okay dieses what if ja aber das ist ja schon mal eine ganz coole Sache okay wie stehst du zum Thema Raubkopien also davon ab dass eine Raubkopie die illegal ist das ist glaube ich gesetzt und gesetzt aber es gibt ja so Entwickler gerade so Indie Entwickler ab und zu mal die so sagen boah scheiß ich drauf zieht euch das von was weiß ich wo Hauptsache ihr spielt es das würde ja so ein bisschen deinem Gedanken entsprechen Hauptsache jemand hat Spaß dran und ich möchte mich nicht bereichern an den Einnahmen es wäre natürlich ein Verlust für die entsprechenden Hilfsorganisationen logischerweise aber wie stehst du generell dazu also generell ist das natürlich ich meine das ist halt recht am Eigentum also bei mir wäre es mir prinzipiell mehr oder weniger egal die Leute sollen das wenn sie es sich nicht leisten können wenn sie den Zehner nicht übrig haben oder den Fünfer weil sie davon was zu essen kaufen sollen mein Gott dann sollen sie es sich irgendwo runterladen habe ich nichts dagegen weil dann ist das Essen wichtiger wie ein Spiel würdest du das als würdest du das als Entwickler als so eine Art Kompliment sehen dass man das unbedingt spielen will also gibt es ja tatsächlich auch das ist so ein ganz ganz schmaler Grat das ist schwierig ne ja das ist richtig schwer also ich kann das nur von mir sagen ja wenn wie gesagt wenn man es sich nicht leisten kann und deswegen was zu essen will dann soll man was zu essen das Spiel irgendwo sich ziehen und dann ist gut habe ich persönlich bei mir beim Spiel nichts dagegen aber wenn man das Geld übrig hat das kommt ja auch anderen zugute ich meine ja also das auf jeden Fall ist es tatsächlich also ich finde halt ne Spieleentwicklung hat halt massiv viele Kosten ja und jede Raubkopie kostet dem Entwickler natürlich massiv viel Kohle absolut und das ja und das ruiniert auch ein Studio zur Not wenn es zu heftig gemacht wird und wir möchten natürlich nicht dass dein geiles Studio was sich im Hintergrund zu dir befindet irgendwie in Flammen aufgeht denn da muss ja noch das Dojo angebaut werden da muss nur ein Durchbruch hin achso das Dojo ist schon da nur der Durchbruch fehlt noch ich verstehe okay genau okay alles klar Sensei okay du hast jetzt gesagt du möchtest gar nicht mehr so viel oder kannst gar nicht mehr so viel zum Spiel sagen dann übernehme ich auf jeden Fall nochmal den wichtigen Teil wenn du es nicht machst schaut euch auf jeden Fall mal Faded auf Steam an egal ob ihr thematisch da interessiert seid oder nicht denn es ist auf jeden Fall ein Projekt das unterstützenswert ist und wie ihr schon gehört habt das Ganze soll nicht mehr als ein Zehner kosten ein Zehner maximal das ist doch was was sich jeder irgendwie mal leisten kann und wenn nicht dann informiert euch zumindest über das Spiel gebt dem Ganzen eine Chance empfehlt es Freunden oder Bekannten die Steam Seite ist nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt und dann wahlweise auch noch irgendwie ein Twitch Kanal du streamst jetzt ja ab und zu auch so ein bisschen dein Game Dev Zeug so ein bisschen auf Twitch das Pixel und so weiter hatte ich neulich mal reingeschaut kurz wer an sowas interessiert ist können wir den auch noch mit in die Folgenbeschreibung reinhauen damit da jeder die Gelegenheit hat ein bisschen in Faded reinzuschnuppern oder einfach auch mal mit dem jungen Burschen namens Q hier ins Gespräch zu gehen vielleicht auch mal die ein oder andere Noob Frage zu stellen wie ich das schon zur Genüge getan habe und wer weiß vielleicht findest du ja auch den ein oder anderen Interessierten der dich auf die ein oder andere Weise auch bei diesem Projekt unterstützen möchte du sagst zwar Solo Indie Game Dev aber man kann ja vielleicht auf die ein oder andere Weise was beisteuern in welcher Form auch immer da hab ich gar nichts dagegen das hab ich mir gedacht ne also nein sagen kannst du ja immer noch aber grundsätzlich wenn jemand irgendwie was beisteuern kann dann schadet Fragen ja denke ich mal nicht genau und wenn es nur ist den Link zur Steam Seite irgendwo auf den Social Media Seiten zu verteilen da kann uns ja eh niemand von abhalten haha haha nimm das nimm das was willst du dagegen tun ja was willst du tun okay Q gibt es noch irgendwas was du uns mit auf den Weg geben möchtest oder der Mindcast Community mit auf den Weg geben möchtest oder zum Besten geben möchtest in allgemeiner Form dann wäre das jetzt deine Gelegenheit bevor wir den Knopf zum Schleudersitz betätigen dann wird wieder rausgeschnitten was ich gerne sagen würde ist falls ihr irgendwie Probleme habt oder seltsame Gedanken schlechte Gedanken ihr seid nicht alleine es ist irgendjemand da der immer irgendwie eure Hand halten kann und zur Not gibt es auch zwei richtig gute Nummern die ihr immer anrufen könnt da kann ich ja Markus mal fragen ob er sie dann auch mit unten rein verlinkt das ist gerade diese Seelsorge Telefon auf jeden Fall wenn du sie parat hast darfst du sie auch gerne nennen natürlich leider habe ich sie gerade auch nicht im Kopf ich müsste sie auch raussuchen dann verlinken wir sie einfach genau ja ihr seid nicht allein sprecht mit euren Freunden die haben immer ein offenes Ohr und zur Not ich glaube wir sind alle hier sehr offen und also ich bin sehr objektiv was das angeht mit mir kann man dann auch immer gerne reden und auf mich zukommen das finde ich ist ein gutes Schlusswort was man auch so stehen lassen kann in diesem Sinne bedanke ich mich dafür dass du da gewesen bist war sehr spannend sehr interessant sehr lustig und ja ich ziehe mich raus und überlasse Christian die Abmod ja danke auch noch mal von mir lieber Q dass du uns einen kurzen Einblick gegeben hast in die Spieleentwicklung und auch in dein Spiel vielen Dank noch mal für deinen Input ja damit bleibt mir nicht mehr zu sagen wie das war eure Dosis Mindcast für heute lebt lang und in Frieden für geeks und nerds your favorite podcast ever the Mindstalker is on his way the Mindcast is here to save the day the Mindstalker is on his way talking about things the Mindcast way is on his way